die hohe leute hier ist er ja nicht so ganz schön mein name ist rafael und willkommen zu einer weiteren aktiven folge und mit dabei ist auch der manu jo hallo und ja meine statik wird immer besser 18 11 eigentlich mit diesem gamle equipment passt eigentlich kann ich mich gerade jetzt echt nicht beschweren gerade sieben quits in folge gemacht und da dachte ich mir jetzt das ist jetzt ein guter zeitpunkt jetzt aufzunehmen aber wie ich jetzt gerade sehe gehen wir glaube ich gleich jetzt belagern und die buffen gerade hier ich will auch noch die bubs haben und wie gesagt der manu ist da gerade am ldt deswegen nicht gerade so gespräch ja genau genau also wenn jemand die interesse an mein equipment hat sich aber bei mir melden ist doch ein bisschen verhandelbar und ist auch tauschbar gegen 90er matrix r7 plus 8 natürlich gut geben muss es sein und halt 90er starb r7 plus 8 muss auch gut geben sein und wenn nicht dann er sie plus 10 fähig normal also keine muschel dann tue ich über dem kratzen ich dann über eine eigene muschel da drauf weil es unnötig wenn ich jetzt hier 100 kf 7 plus 8 kriegen ausgebe wenn ich schon 450 er kann der gute mit eine gute muschel bekommen und da komme ich mir lieber fake kostet 60 ak spart ich nicht viel gold und ja das typ ist tot jetzt kommen wir da weiter ich habe eine bach sein geht ich habe sozusagen eine bach alles nicht gut das war das war der richtige fail aber habe ich nicht habe ich nicht schon gescheitert so aber auch im im 9 9 9 2 90 ich bekomme da was dann gut ich bin mit dem was dann für dieses scheiß hüter das ist ein kompil von morgen gebunden ja ich hab nicht mehr als zum glück wird es ja noch wenn das war nicht mich auf 290 level ob du dich generell auf sondern ja ich will mich auch auf 93 wieso sowieso und ja dann hat sich meine meinung nach solltest du deine körper verkaufen und so dass wir richtig geiles gekümmert hat holen kann also russi gibt es so eine geile 250 kkk also und starb auch schon eingefunden ja starb halt 90er fake für 57 kkk okay aber wieso willst du dir fake holen warum du dir fake holen willst warum also an eine sache liegt es und ich bin gerade in einem kampf ich kann gerade nichts steht die kompletten da kann er hier bekommst dann moment und gucke gerade gut und geht es um um was wir wieder also wieso ich mit 90er fake holen oder wie wieso es gibt keine normalen 90er stäbe mit guten fischer es gibt es nur müll schreib einfach die ganze 90er an ich habe schon gefragt die zum beispiel tiger habe ich gefragt der verkauft noch nicht und ich habe auch keine lust ich bin echt überlegen ob ich mich als 90er russi hole ich mir sowieso und dass sie russi hole ich mir und halt dann bin ich überlegen ob ich jetzt einfach mich jetzt auf 92 der bin soll und mir dann den 2 90er starb holen holen sollen aber 2 90er starb er sie bloß acht gibt es gibt es auch nichts gutes und da bin ich jetzt echt am überlegen ich bin mir gerade echt nicht sicher doch ich bin überlegen ob ich mir ein eigenes stadt machen soll oder in 6 9 kaufen soll aber schaut mal schaut mal wie kann man so ein drecks ding für 650 einstellen das würde ich höchstens für 350 einstellen nicht mehr aber ich würde dafür nicht mal ich würde dafür höchstens wie viel würde ich dafür ausgeben jetzt auch richtig kacke also dafür würde ich höchstens 220 kaka würde ich dafür geben mehr nicht mal das ist so ein dreck starb so eine scheiß muschel ich verstehe nicht wieso leute so eine scheiß muschel da überhaupt rein tun in den stadt aber naja sollen wir uns jetzt also diesem dieser stadt ist schon ja relativ gut eigentlich wäre lieber vorher ist sie da und da wäre es eigentlich ziemlich gut und er hat der schaden anstatt def down so sorry leute ich habe aus was sehen gekattet tut mir echt leid genau also was ich gesagt habe ist also war noch man kann bei einer muschel halt nicht alles haben weil wenn man alles hat def down alle resis alle resi da und dann zum beispiel wasser resi down und dann noch erhöhter schaden def down alles auf einmal als da sind und so das ist natürlich von games gemacht hat sieht man halt einfach und deshalb muss man ein bisschen auf paar sachen verzichten zum beispiel man verzichtet einfach auf def down und ja oder man verzichtet auf alle resi also man muss auf etwas verzichten weil man kann nicht alles haben das ist das funktioniert einfach nicht man kann schon man kann schon wenn man sich das von dem game irgendwie sich das also wenn man gerne freunde hat funktioniert das schon na klar naja auch ohne nur du musst doch dann reich sein ja klar weißt du dass es gibt so eine muss ich habe niemals eine muschel gesehen ich habe schon einfach nicht gesehen aber ich wundere mich gerade wieso die aufnahme sich einfach so angehalten hat gleichsegen einfach so bis sich beendet hat echt komisch okay mal ihr schlafpill schafft wieso geht ihr auf mich gleich drauf mann weil sie genau wissen dass es ganz schön wir müssen den töten ich mache jetzt hier wasser ist hier an sonst vielleicht ja vielleicht hat man ein bisschen über dich erzählen mann ob ich selber tocks du was was spielst du gerade ich spiele auf server 3 johann mich gerade auf 85 für mein equipment ja also es match ich weiß das match ist geil nur also es ist halt so leute boogie macht irgendwie kein fahren mehr weil es spielt so viele boogie und ja es macht aber kein fahren also es bockt sich aber nicht und aus server 1 habe ich auch noch gekürt mit dem bau war im 80er bogen er sieben plus 89er deutlich er sieben plus 8 könnt euch ja mal anschauen genau das ist von pick up richtig alles verhandelbar gute preise guter preise guter stopp ja nochmal ach so das cola monster er mag mich überhaupt nicht aber ja das vertreter mag mich gar nicht er hasst mich voll aber irgendwie aber ich komme schon damit voll klar was hast du denn nur gemacht was habe ich gemacht kaufst du denk ich wieder holi plus 15 oder so wie früher ja ich werde mir alles bis dann auch wieder kaufen plus ja also holi 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 äh nein ey wir können die sp hooligan nennen nein spaß holi ähm holi sind dann plus 13 ähm für 40 kk ok genau dann also also ich hole mir nur 4 sps also voller sp ist vulcano wasser sp gezeitenbändiger schatten sp sp 7 und dann halt holi also fast eigentlich nur die neusten sps also ich bin wohl ich suche zurzeit auf um es aber 3 Uhr plus 15 auch wenn man um wird weil hat das doch nicht mein Stab gesehen oder der Stab wo doch dann hat sie doch gezeigt oder nicht mehr kann ich mich ich kann nicht dann jetzt nicht so gut erinnern ich habe schon dass sie dann hat doch doch das hast du mir gezeigt doch und das ist halt bei einer feuer sp und dann noch nie dazu habe ich wasser es etwas sag ich sie an kauf der sehblick ich habe 88 resi mit mit stein 88 s 5 mit 70 er kombiniert dann habe ich 132 wasser kassi und plus nochmal überall 100 def dazu und 100 meiden und sich mehr als wie nur siebziger für dich ja das sieht schlecht aus mit der hornfahrt hier es sind zwar noch ok drei minuten die die man und johann ich habe gesagt rede ach so ich dachte ich soll nicht reden doch ich will drehte mal nein ist jetzt wurscht wenn ich nur kurz weg ok sorry leute denn bei mir ist halt dieser wlan router unter meinem tisch und da ist auch das handy das hat mit dem wlan router verbunden du meinst Telefon hm du meinst Telefon nicht Handy ja Haustelefon ja genau ja ist halt verbunden ähm und deshalb ist hier also wir haben halt zwei zwei diese Telefone und das war anscheinend nicht für dich sondern für deine eltern richtig naja eins ist in mein zimmer und eins ist im wohnzimmer also in meinen elternzimmer ok ok so nachts ey gib mal nur mal ich ruf dich dann so nachts an dann wacht ihr alle auf naja wir schalten ihn mal aus in der Nacht achso kann jemand anrufen aber es gab es mal in der zeit wo uns ähm einer jeden tag irgendwie hundertmal angerufen hat voll richtiger stalker man und dann? ja dann haben wir die Telefonnummer gewechselt na war Ruhe wegen so nem Spaß gehen musste man machen ruft ihr hier hundertmal am Tag an ok so welche hobbylose Kinder ich versteh das nicht ja fühl dich fühl dich hm ne ich hab doch niemand meine Telefonnummer gegeben also äh war das nicht bei euch so auch in der Schule wo ähm die Nummern einfach so Klassenbuch standen ich gebe nie meine Nummern nie ich hab sogar in dieser Schule wo ich war hab ich meine Telefonnummer nicht gegeben auch nie meine Handynummer ich hab einfach gesagt ja mein Handy ist einfach im Zimmer ich ja ich gebe nicht ja wieso denn? ja so dass die Leute dich erreichen können wozu? ja keine Ahnung ja ich auch nicht letztes Jahr ich hab's nie niemals hab mich die Schule angerufen nie nie also wieso sollte ich denn jetzt noch geben und ich hab auch gar keinen Bock mit denen zu reden sonst ich alle verpiss nicht scheiß auf die ganze Schule ich mach meine scheiß Ausbildung fertig man und dann verpisse ich mich nein ich bin auch so in der Schule gell ich bin so in der Schule hol so mein Essen bin so alleine in dieser Bank so weil ich schon diesen Tisch so alleine esse ich so so richtig so einsam und weil überall war voll das ist noch eins war frei also ich war einfach einsam kommt so diese 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 von diesen ähm von diesem Haus da so diese Erzieherin oder was sie was was die ist man ähm ja wieso ist du alleine ich so ja die anderen mögen mich nicht und die hassen mich vor naja es stimmt eigentlich gar nicht aber ich hab's nur so gesagt in der Schule oder also Schulenschule oder jetzt in diesem Wohnheim in diesem Wohnheim achso ja das 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 stimmt natürlich nicht ich hab nur so gesagt gell da geht die erstmal so zu den anderen hin hey wieso darf der mit euch nicht mitsitzen ähm äh mithocken und so und dann ich so hey war nur Spaß war nur Spaß aber ne also also ich scheiß auf alle dort eigentlich außer auf Sanisaf nicht aber sonst sind wir der Rest ist mir sowas von wurscht ok so sollte man's weil weil ich weil ähm die anderen die machen eh nur Party und so und ich bin ich bin im Zimmer und lerne Party ja aber man geht ja extra zur Schule um zu lernen und nicht irgendwie Party zu machen naja wie man's nimmt ne ich mein Wochenende ist dazu da um Party zu machen ja aber Wochenende sind wir ja nicht dort wir sind ja zuhause müssen wir wieder zurückfahren von ähm von Nürnberg nach München wir brauchen so knapp drei Stunden ach so ok so wie wir sind letztens fast sechs Stunden gefahren so beschissen ey wir haben den falschen Zug genommen Idioten da ist er ahhh ist er so außen rum gefahren Richtung Ingolstadt anstatt Richtung München boah ich bin alter müssen wir nochmal aussteigen zweimal also zweimal also wir müssen eigentlich nur einmal aussteigen dort sind oder aber zweimal und mussten sogar noch ey das war so beschissen das war so beschissen du und Stunisdorf oder ja ich und Stunisdorf und dann doch so ein junger Mann ok richtig der eine Typ der redet so bayerisch man voll witzig wie der redet äh ich so aha aha okay ich hab dich voll 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 verstanden ja so ich verstehe mehr als wie andere Leute weil es gibt's ja zum Beispiel bei mir im Betrieb ist halt so ein Typ der redet irgendwie sächsisch oder so aha ich so hä was hast du gesagt hat irgendwie und dann redet der nochmal ich so was 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 weil ich sag immer was ich sag nicht wie bitte ich weiß nicht weil wenn er ey 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 wie kann man so behindert nur sprechen es ist halt genauso wie österreichisch reden auch voll behindert voll gestört aber nicht alle ne jeder hat seine andere Sprache ne ja natürlich aber ah hey wir sind irgendwie voll aus ja wir sind irgendwie falschen Thema gerade wie sind wir jetzt denn hierher gekommen keine Ahnung ha 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 Laura davon aus auf real life man ja Schule und so äh also wir waren ja bei Equipment bei dir genau das ist irgendwie bei mir zu Schule in der Schule gekommen hm naja erzähle einfach weiter mit deinen SPs du wolltest doch irgendwelche SPs kaufen ja genau halt einfach halt SP5 SP6 SP7 und SP2 hol ich mir alles plus 13 also ich also kommt drauf an also kommt drauf an wie wir die kosten bei maximal 50kk pro SP würde ich schon ja ausgeben und bei SP7 warte ich noch ein bisschen Töten Töten ach meine Güte wie teuer ist SP7 zur Zeit für euch also sehr ähm weiß ich nicht ich kann mal gucken Spezialiste sehr teuer sind schon teuer warte also top 99 gibt's kein es gibt's auch nicht es gibt's auch nicht also es gibt's nicht viel also auf server 3 kostet ungefähr sehr 99 plus 13 90 bis 100 Kaka was bei uns kostet 50 bis 11 schon äh fast 100 Angriff mitgebrüllen Angriff mitgebrüllen Angriff mitgebrüllen Scheiße ich verpüß mich über ich hab Angst ich sag ja kommt server oh man sprach ehlein äh server dreimal nicht so mein Kiel kommt hop alter ihr 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 naja ich hätt ihn ihn nicht kennen können aber egal trotzdem hey der Typ der AFK ja hä was ist der Blödsinn wunderte weg geht's ja ach komm aber bist du verblöd und du bist verblöd ey gib mir den Biet und ich geb dir den Schlag nein 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 ich will nicht sterben ihr naja ich bin jetzt tot man egal ich hab aber noch 21 13 also immer besser wie die Stati ach ich bin sogar besser wie mit meinem Boogie ganz ehrlich nie wieder Boogie man ich mach nie wieder Boogie als mein Boogie wenn ich bitten darf was als mein Boogie wenn ich bitten darf ich mach nie wieder mein Boogie ich mach nie was ok du meinst jetzt ich soll jetzt sagen ich mach nie wieder als mein Boogie nein du hast davor was anderes gesagt egal oh oh sorry so Leute hier wieder zurück sorry ähm ja ich bin jetzt noch mit der Folge und yo Leute viel Spaß beim Tocken lasst euch dich abtocken und bis zum nächsten Mal tschau sag mal tschau Manu tschau geht doch tschau ja wie aussch wir wir die